Es gibt noch einen anderen wichtigen Frontabschnitt bei Siversk, über den wir nicht so häufig sprechen. Jetzt sind aber ziemlich kuriose Bilder eines russischen Angriffs aufgetaucht. Was ist da vorgefallen? Klär uns mal auf. Ganz genau. Siversk, das liegt zu etwas nördlich von Bachmut. Bachmut kennen wir aus der Berichterstattung. Und da geht eigentlich für Russland in der Vergangenheit relativ wenig vorwärts. Also da beißen die Russen auf Granit und deswegen haben sie jetzt versucht, durch ein kurioses Manöver Gelände gut zu machen. Zuerst wurden die ukrainischen Verteidigungslinien wieder mit Artillerie und den sogenannten Gleitbomben attackiert. Und dann haben ungefähr zehn Mann sich auf Motorräder gesetzt und sind mit Geländemaschinen über die freie Fläche vorgefahren. Also mit hoher Geschwindigkeit kann man sich vorstellen, um den Überraschungseffekt zu erzielen und konnten dann wohl so eine ukrainische Stellung bei Viemki, heißt dieser kleine Ort, einnehmen. Und das wird natürlich hier gefeiert in Russland von den Kriegsbloggern als besonderer Einfallsreichtum, als eine Harakiri-Operation, die aber wohl zum Erfolg geführt hat. Also mit diesen Geländemotorrädern da vorzustürmen über die Minenfelder, das hat hier die Kriegsblogger begeistert.